Der Restaktivist. Er kann nicht beim keinen Weg gehen, oder? Hier kommt keiner mehr durch. Meine Freunde kommen hier raus. Nein, 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 nein. Mischi, Mischi. Er wohnt da hinten. Was soll denn das? Wir hören zusammen. Dann kann sie ja wieder rein. Wieso denn rein? Wieso sperren sie uns jetzt hier ein? Wieso sperren sie uns jetzt hier ein? Er wohnt doch da hinten. Wir gehen jetzt zu ihm. Was ist denn jetzt das Problem? Okay, das ist definitiv eine ganz illegale Nummer. Ist das eine Karte vom Modell? Nein, ich fahre jetzt gerade einen Kaffee. Der ist festgehalten hier von der Polizei. Komplett? Wir werden nicht verraten, die wir uns jetzt gefunden haben. Gepackt. 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 Die Stiftjäter! Wie man hier gerade sieht, obwohl sie sagen, wir sollen gehen. Ja, wir sollen gehen, ganz genau. Wir sollen gehen, aber wir dürfen nicht gehen. Nein, ich bin raus! Nein, ich bin raus! Nein, ich bin raus! Nein! Nein, ich bin raus! Nein! Nein! Nein, nein! Lass uns raus! Lass uns raus! Lass uns raus! Lass uns raus! Passt uns raus! Quittes Räume ... ... ... ... ... ... Oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020